Willkommen bei Auktionata hier in unserem Studio in Berlin zur heutigen Auktion. Meine Damen und Herren, der Hammer ist oben. Sie sind alle wieder da. Das ist eine Gippstahl-Sicherung gewesen. Sehr schlichte Uhr. Gefällt mir. Ein sehr ungewöhnliches Stück, was jede gute Sammlung bereichert. 3.000 Euro, meine Damen und Herren, zum Dritten verkauft. Zum Dritten. 7.000 Euro für die Pallweber. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.000. Das ist wirklich was sehr Besonderes, was man nur noch ganz selten findet. Da ist Volker. Volker ist dazwischen gegrätscht. Wir sehen schon eine ausragende Qualität hier. Kommt hier noch was. 7.500. Mit 7.500. Zum Zweiten, zum Dritten verkauft. Mit herzlichem Glückwunsch nach Italien.